In den Polterkeller mit dir! In den Polterkeller! Timo, geht's gut? Ja! Super, oder? Wir sind keine Bots, Bots, Bots! Wir sollten mal stoppen! Oh mein Gott, ist ein Dynamos drin und er baut die Tür ab! Genockt mit Granaten! Weisst du, den ganzen Schwitz? Das drin sind jetzt einfach Bots! Hallo Blaubitzen! Ich tanze ihn aus! Geil! Ich hab vier Kills! Mh... Ich hab vier Kills! Mh... Mann, bitte fahrt. Mann, was tut ihr denn? Ich freu jetzt. Alter, ich hasse dich! Du wie jedes Mal machst du alle Fahrzeuge kaputt, wenn du mit irgendwas fährst. Ist so und so. Dann findest du ein, jetzt ist das Boot. Alter, mehr reicht, du fährst nie wieder, aber... Oh mein Gott, was steht da in der Toilette? Ich kann mit Granaten kennen. Ich bin top gefällt. Ich bin top gefällt. Oh mein Gott, rauskommt. Oh mein Gott, rauskommt. Oh mein Gott,асp宝. Ich bin, hoch gefalluyte Texter in der Reise. Ich bin, hoch gefehltet, du schi Denise Bailey. Ach,zysta mich는데 Ver Eddie H cafeteria in der Reise. Dann STEP事, geh, DC. Untertitelung. BR 2018 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 Apfel müssen wir umbringen! Huh! Spring! Nein! Ich will auch ein Schluckzeug! Der gewisse OG Schneemann muss kommen. Er hat eine PG. Hast du Lust? Hallo! Hallo! Ich finde es witzig, dass mich dieser eine zu einem OG Schneemann bezeichnet. Alter, da kann ich mir einen OG Schneemann! Ja gel, Alter! Absolut! Geiler Orgasmus! Und tschüss! Tschüss! Ich möchte das machen! Tschüss! 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 Kaplan! Du warst seit über 300 Tagen bin ich schon! Ey, weißt du, dass du einfach ein Fortnite-Kinder bist! Ich bin heftig! Und weißt du, dass ich mich einfach nur gekauft habe, nicht dass ich OG bin, das ist einfach weil das der Geilste Skit in der Welt ist. Oh! Nein! Nein! Captain, guck mal, was ist das? Ich kann nicht bei diesen Menschen Flecken, die er noch nicht gespielt haben. Oh Gott! Captain, da kommt jemand mit seinem LPG! Ja, Mann! Boah, das geht's! Der Roboter ist zustötter, um mich zu treffen! Der blöht sich selber!!! Geil! Ja, ich glaube auch wie geht's! Ey Digga, hört mal aus, du kriegst dich los mit einer Raketen! Was für kriegst du da? Woher CUwarming es jetzt erwecken? Uh, du hast eh keine! Und? Oh ne! Warte, warte! Was ist das zweite? Ich, ich guck! Alter, Apfel! Ey, Digga! Ey, Digga! Komm, 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 komm! Und jetzt sterb ich an diesem Feind! Schau, wie ne Geile das ist! Digga, dieser blöde Apfelmus! Ja, Apfelmus! Apfelmus! Was freut denn das mit dir, Alter? Schlimm mit dir! Das ist halb! Apfelmus! Mann, warum nennt das nicht so Liesel, Alter? Was soll Liesel heißen? Komm her! Er handelt! Es ist illegal! Er handelt! Ey, die wollen mich umdrehen! Ich weiß nicht, dass dieser Mensch, der auf die Wochenmarkt geht, so Menschen sieht, die handeln! Er ist illegal! Sympathisch! Ey, Digga, ich kann die nicht! Ey, Digga! Ey, es geht nicht! Ey, du geil! Alter, komm, was soll! Ja, ist wieder eingeschwert, geil! Ey, soll mal die Fallen! Ich schware dich! Hallo! Achtung, Moment mal, das ist in welchem Team! Habt ihr Inseln verlassen? Ja, ich hab Inseln verlassen! Doch nicht! Kommt doch in die Lobby, habt ihr keine Eier, oder? Hä? Diese Glipsch geht jetzt! So, bitte, bitte geh! Ach so, haben wir keine Eier, wenn wir in die Lobby gehen! Ist alles so! Dann bleib ich lieber hier! Nein, Tino! Nein, Tino! Er braucht dich übrigens ein paar Sachen zum Überreden! Nein, ich werde sterben, wie immer! Ja, wie immer! Ja! Du bist auch ein Digger mit! Bist du auch so? Nein! Dann könntest du auch wieder das nicht! Ich stehe! Lui, du bist ein Scheiß-PC-Spieler! Nein, ich bin ein Scheiß-PC-Spieler! Gib mir eine Waffe! Dann soll ich immer werden! Scheiß-PC! Ey, ich kann irgendwas aufnehmen! Kuchen! Kuchen! Geht Kuchen! A potato flew around my room! A potato was...